Mal angenommen, man könnte den Raum, in dem Sie stehen, gänzlich bis oben hin mit Wasser aus diesem Wasserfall föhnen. Dann wäre es meiner Meinung nach sehr wohlmöglich, bis zur Decke aufzusteigen. Sagen Sie mal, haben Sie etwa einen über den Durst getrunken? Haha, bei aller Liebe, das geht mir noch ein bisschen zu weit. Aber mal angenommen, Ihr obstruses Konstrukt wäre möglich, wieso ist das Opfer der Abt dann nicht klatschnass gewesen? Weil es in einem Schlauchboot lag. Was? Haben Sie völlig abgehoben? Kannen, haben Sie nicht...